Hagens Adventskalender, heute der 3. Dezember. In unserem Fensterchen befindet sich heute ein württembergischer Exot, eine TSS-4, eine Maschine, die 1894 auf der Bottwartalbahn ihren Dienst begonnen hat. Die erste 750 mm Schmalspur-Lok mit einem Klose-Triebwerk. Drei Exemplare wurden angeschafft. Lok 13 mit dem Namen Beilstein bekam sogar noch eine Reichsbahnnummer, die 99622, aber sie ging bereits 1926 aus dem Betrieb. Mit diesem Bemo-Zügle machen wir einen kleinen Sprung zurück in die gute alte Zeit der schwäbischen Eisenbahn. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020